Musik Sehr geehrte Damen, sehr geehrte Herren, liebe Mitglieder, liebe Nachbarn und Gäste. Wir freuen uns, dass Sie so zahlreich zu unserer Rechtfeier hier in den Eupenerstieg gekommen sind. Ich darf Sie im Namen der Mitarbeiter und meines Vorstandskollegen Jörg Tromp aufs Herzlichste begrüßen. Ganz besonders herzlich begrüße ich Herrn Rösler, den Bezirksamtsleiter von Hamburg-Nord. Ich freue mich gleich auf Ihre Richtrede. Trotz des schmalen Grundstücks kommen die Bauarbeiten gut voran. Im August letzten Jahres sind wir mit den Bauarbeiten angefangen. Und aufgrund der guten Arbeitsgeschwindigkeit der Handwerker können wir bereits nach knapp neun Monaten eine richtige Richtfeier hier feiern. Dafür den Männern vom Bauherzlichen Dank, Sie haben unsere Erwartungen übertroffen. Übrigens, ich komme jetzt zum Schluss und freue mich auf die Rede von Herrn Rösler, unserem Bezirksamtsleiter und bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Ja, verehrte Bauherrenschaft, liebe Bauleute, verehrte Abgeordnete aus Bezirksversammlung und Bürgerschaft, meine sehr geehrten Damen und Herren. Ihre Baugenossenschaft, Flugzeug Nordmark, lieber Herr Braun, ist seit Jahrzehnten einer unserer wichtigen Partner in Sachen Wohnungsbau im Bezirk Kramburg-Nord. Heute, meine Damen und Herren, ist der Tag der Bauleute, der Bauherrenschaft. Ich wünsche allen Mitgliedern der Flugzeug Nordmark-EG viel Erfolg mit diesem sehr schönen und einfügungsverträglichen Wohnungsbauprojekt und wünsche den am unmittelbaren Baugeschehen beteiligten Handwerkern und Technikern auch in den nächsten Monaten Allzeit eine glückliche Hand und gutes Gelingen. Und ich danke Ihnen fürs Zuhören. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.